Hallo liebe SG-BBM-Fans. Am Sonntag geht's los. Die SG startet mit dem Auswärtsspiel in Potsdam in die erste Ligasaison und ich darf begrüßen Freddy Gentz, den Torhüter der SG. Freddy, Vorbereitung schön und gut. Ihr habt hart trainiert, ihr habt viel trainiert. Wie war die Vorbereitung für dich persönlich und wie arg freut ihr euch, dass es jetzt endlich losgeht? Wir freuen uns richtig, dass es jetzt losgeht. Vorbereitung ist immer das Ding. Wir müssen als Mannschaft hart arbeiten, auch persönlich hart arbeiten. Es lief alles soweit echt gut. Klar gibt es immer Sachen, wo man dran arbeiten muss, aber es ist auch gut. Aber jetzt sind wir auch sehr froh, dass die Vorbereitung vorbei ist und es jetzt losgeht. Der Spielplan meint es ja jetzt so mit euch, dass ihr mit Potsdam auch einen Mitaufsteiger trifft. Ihr habt letztes Jahr zweimal gegen Potsdam gespielt. Ist es eher als Vorteil zu sehen, dass man im Kopf hat, die kennen wir schon besser wie die anderen Gegner oder die Karten werden neu gemischt? Wie sieht es bei euch dann auch im Kopf aus? Also tatsächlich ist das ein guter Stichpunkt. Die Karten werden neu gemischt, aber natürlich kennen wir Potsdam von letzter Saison. Und dass es jetzt direkt das erste Spiel ist, mag Vor- oder Nachteil sein. Die kennen uns ja genauso gut. Deshalb, klar, wir können uns gut drauf vorbereiten, aber es ist eine neue Saison und die Karten werden so neu gemischt. Wunderbar. Mit Potsdam, wie gesagt, das ist ein Gegner, den ihr kennt, was ihr ja gerade auch schon thematisiert gehabt. Ihr habt auch einige neue. Habt ihr denen auch schon ein bisschen was erzählt, wie der Gegner so ist? Oder lässt ihr das alles auf die zukommen? Oder ist es dann die Aufgabe vom Liga, die Analyse vor dem Spiel bereits mit denen zu machen? Natürlich, klar, erzählen wir den neuen Spielern auch was über den Gegner. Das gehört auch alles dazu, dass die Jungs gut integriert werden und wissen, was auf die zukommt. Und jetzt geht es sich halt einfach gut auf Potsdam vorzubereiten. Alles klar, dann viel Erfolg euch dabei, Freddy, und viel Erfolg am Sonntag in Potsdam. Und ja, viel Spaß. Schaut das Spiel an. Auf dünn, bucht das Spiel und wir freuen uns dann aufs nächste Spiel dann hier zu Hause gegen die Leine Kammel.